Taxi 7676, ein guter Ruf für alle Fälle. Herzlich Willkommen zur 23. Jazz-Martinee des Gewerbevereins Brühl und Rohrhof. Heute bei diesem herrlichen Sommerwetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. In diesem Jahr ist es uns wieder gelungen, eine Spitzenband aus Baden-Württemberg zu verpflichten, nachdem wir in den letzten zwei Jahren eine Band aus Hessen hatten hier. Peter Bühr and his Flatfoot-Stompers garantieren höchste Qualität. Also uns gefällt es hier in Brühl. Wir haben zwar noch nicht so viel gesehen, aber die Leute sind nett. Und das macht schon mal Freude und inspiriert uns. Deswegen spielen wir vielleicht ein bisschen besser als sonst. Vielleicht. Und unsere Musik, die wir machen, wir machen Musik aus dem American Songbook, nennt man das. Musik, wo viele, diese ganzen Komponisten aus den 20er, 30er Jahren erfasst sind mit ihren Melodien. Da suchen wir uns immer was raus. Das ist nämlich riesengroß. Der Fundus ist riesengroß. Musik, wo viele, diese kommen kommt. Soutiné Traditionelle Thai Massagen im Herzen von Schwetzingen Wir bieten auch Gesichts-, Kopf- und Fußmassagen.